Ja, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zum Webinar 1% Methode oder Fahrtenbuch. Von dieser Versteuerungsmethode profitieren Sie am meisten. Ja, mein Name ist Kevin Brück und ich möchte mich natürlich kurz bei Ihnen vorstellen. Ich bin bei Wimka im Bereich Account Management tätig. Das sieht in der Praxis so aus, dass ich unsere Kunden beim Einstieg in die Produktwelt von Wimka begleite und Ihnen unsere umfassenden Möglichkeiten näher bringen möchte. Zu meinem Aufgabenbereich gehören aber auch Webinare für interessierte Interessenten und deshalb freue ich mich Ihnen, das Thema elektronisches Fahrtenbuch mit Wimka näher bringen zu dürfen. Der Jahreswechsel, der rückt näher und neben guten Vorsätzen kommt auch das Thema Firmenwagenversteuerung auf. Denn nur zum ersten ersten kann von der 1% Methode auf ein Fahrtenbuch umgestiegen werden. Nutzen Sie Ihren Firmenwagen auch privat, müssen Sie den daraus entstandenen Geldwertenvorteil versteuern. Dabei kann zwischen der 1% Methode und dem Fahrtenbuch gewählt werden. Die Versteuerungsmethode zu wechseln, also von der 1% Methode auf ein Fahrtenbuch umzusteigen, ist grundsätzlich nur zum Jahreswechsel möglich. Ein unterjähriger Wechsel ist nicht möglich. Diese Regelung ist durch ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 20. März 2014 festgelegt. Ja und der Grund des Ganzen, diese Einschränkung soll nämlich Spartricks vermeiden, sodass es beispielsweise nicht möglich ist für Zeiträume, in denen das Fahrzeug besonders häufig privat genutzt wurde, die 1% Methode anzuwenden und in den anderen ein Fahrtenbuch geführt wird. Unterjähriges Umsteigen ist nur dann möglich, wenn ein Fahrzeugwechsel beispielsweise durch einen Neukauf bevorsteht. Dann kann auch auf ein Fahrtenbuch umgestiegen werden, wenn zuvor pauschal versteuert wurde. Der Chef hat möglicherweise Einwände. Lassen Sie sich nicht abschrecken, denn wie ein Firmenwagen versteuert wird, darf der Chef nicht festlegen. Die endgültige Entscheidung darüber, welche Versteuerungsmethode bei Ihrem Fahrzeug angewendet werden soll, kann noch bei der Einreichung der Steuererklärung beim Finanzamt getroffen und sogar geändert werden. Sie können also, auch wenn Sie ein Fahrtenbuch geführt haben, zu diesem Zeitpunkt noch angeben, dass der Privatanteil der Fahrten doch per 1% Methode versteuert werden soll. Nicht möglich bleibt dies bei einer betrieblichen Nutzung von weniger als 50%. Ist dies der Fall, gelten formlose Aufzeichnungen als Nachweise der Nutzung? Im besten Falle führen Sie hier also Fahrtenbuch. Für wen lohnt sich also, welche Versteuerungsmethode? Das ist pauschal gar nicht so leicht zu beantworten. Allerdings kann man als Postformel folgendes sagen oder auch vorschlagen. Das Fahrtenbuch lohnt sich besonders dann, wenn Sie ein Auto mit einem besonders hohen Bruttolistenpreis fahren. Selbst wenn Sie Ihr Auto gebraucht bekommen haben. Sie bezahlen immer monatlich immer 1% den des Bruttolisten-Neupreises. Auch wenn Sie Ihren Dienstwagen überwiegend beruflich nutzen, lohnt es sich in der Regel ein Fahrtenbuch zu führen. Die 1% Methode lohnt sich vor allem dann, wenn Sie ein Auto mit einem sehr günstigen Bruttolistenpreis fahren oder sehr viel privat unterwegs sind. Wenn Sie selbst einmal nachrechnen möchten, dann gehen Sie einfach auf wimka.de- oder slash Firmenwagenrechner. Die Adresse steht auch auf der Folie, sehen Sie ja ganz unten und mit ein paar Eingaben können Sie hier nachvollziehen, welche Versteuerungsmethode für Sie am besten ist. Jetzt möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick zu unserem elektronischen Fahrtenbuch und den weiteren Möglichkeiten für Großkunden geben. Danach steigen wir direkt in die einzelnen Funktionen des wimka Fahrtenbuchs ein und Sie bekommen einen ersten Überblick zu der Funktionsweise. Wimka bietet weit mehr als ein einfaches Fahrtenbuch. Unser Produktwelt ist ja einfach und effizient. Wir stellen anspruchsvolle Lösungen für Einzelkunden mit dem elektronischen Fahrtenbuch von Wimka zur Verfügung. Gleichzeitig möchten wir Kunden aus dem Mittel- und Enterprise-Segment die effiziente Fuhrparkverwaltung ermöglichen durch unseren Flottenmanager respektive Wimka Fleet. Das Thema Fahrtenbuch soll also auf ein Minimum reduziert und ja, Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Alltag geschaffen werden. Das elektronische Fahrtenbuch von Wimka könnte einfacher nicht sein. Dank der OBD-Technik und der OBD-Schnittstelle in Fahrzeugen, übrigens ab 2001 EU-Norm in Benzinmotoren und seit 2004 EU-Norm in Dieselmotoren, übernimmt unser OBD-Stecker die zeitaufwendige Arbeit für Sie. Sie müssen Fahrten lediglich kategorisieren und individuell beschriften, was hier besonders bei den Betriebsfahrten der Fall ist. Dazu stehen Ihnen unsere Apps für die Android- Smartphones, aber auch für alle Apple-Jünger fürs iPhone zur Verfügung. Alternativ können Sie Ihr Fahrtenbuch natürlich auch am PC ganz klassisch über den Desktop, über Firefox, Chrome, Safari, was man da nicht alles kennt, über Wimka.de aufrufen und das Fahrtenbuch entsprechend pflegen und bearbeiten. Ja und damit Sie auch mal sehen, wie das Ganze aussieht, zeige ich Ihnen selbstverständlich jetzt auch mal das Fahrtenbuch und zwar finden wir hier den Eröffnungsbildschirm des Fahrtenbuchs, dass wir einen Kilometerstand eingeben können. Das machen wir jetzt mal später. Die Fahrten selbst, die Sie jetzt hier sehen, werden völlig automatisiert durch den OBD-Stecker aufgezeichnet und nach der Fahrt in Ihr Nutzerkonto hochgeladen. Das Nutzerkonto ist das, was Sie jetzt hier gerade sehen können. Sie brauchen also nichts manuell eintragen und können das im Übrigen auch nicht und ganz wichtig und können sich somit auf der Straße voll und ganz auf dem Verkehr konzentrieren und müssen keinen Gedanken ans Fahrtenbuch verschwenden. Den Upload übernimmt die integrierte SIM-Karte des Steckers. Sie wird ganz wichtig von uns betrieben und die Kosten sind bereits in der Nutzungsgebühr, die Sie jährlich an uns entrichten, enthalten. Getätigte Fahrten lassen sich innerhalb von sieben Tagen in Ihrem Fahrtenbuch bearbeiten. Mehrere kurze Fahrten lassen sich mühelos zusammenführen. Zusätzlich gibt es einen Reminder, damit Sie vor Ablauf der sieben Tage Bearbeitungszeit eine Warnung erhalten. Wir sind uns alle einig, besonders in hektischen Situationen kann das Fahrtenbuch natürlich mal in Vergessenheit geraten und da ist eine Erinnerungsstütze in der Regel Gold wert. Wenn die Wimker App genutzt wird, bekommen Sie ebenfalls eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone bei solch kritischen Fahrten. Wichtig sei erwähnt, wir übernehmen die gesetzliche Aufbewahrungspflicht für Sie. Alle Fahrtenbuchsätze werden im gesicherten Wimker Rechenzentrum in Frankfurt vorgehalten. Zehn Jahre lang und auch sollten Sie bereits kein Kunde mehr bei Wimker sein. Außerdem unterliegt Wimker den deutschen Datenschutzgesetzen und unterwirft sich freiwillig dem permanenten Audit durch einen externen Datenschutzbeauftragten. Sensible Nutzerdaten werden ausschließlich SSL verschlüsselt, transportiert und nach neuestem Stand der Technik in Rechenzentren von Frankfurt verwaltet und gesichert. Ja, kommen wir zum wichtigsten Part und zwar die Kategorisierung der Fahrten. Sie kategorisieren die gewünschte Fahrt in Privat- oder Betriebsfahrt. Alternativ stehen Ihnen natürlich auch die Mischfahrt, also die Kombination aus Arbeitsweg, Privat und Betriebsfahrt, sowie der Arbeitsweg zur Verfügung. Bei einer Betriebsfahrt werden standesgemäß Kontaktperson und die dazugehörige Firma abgefragt. Das heißt, wir klicken hier auf irgendeine Fahrt. Wir haben jetzt hier in unserem Demo-Beispiel hier natürlich schon Fahrten für Sie vorbereitet, können hier auf das Plus klicken, was Sie hier gerade auch sehen, rechts im Bild und wählen dann hier die jeweilige Kategorie aus. Nehmen wir jetzt hier mal die Betriebsfahrt beispielsweise und dann können Sie hier rechts direkt den Geschäftspartner, die Anlass, Bemerkungen eintragen, die Firma eintragen. Wir haben hier sogar noch mal den Fahrer stehen und finden dann hier auch eine Möglichkeit, direkt unseren Kontakt zu speichern. Das ist gerade dann sinnvoll, wenn Sie das Gefühl haben, oh, das ist sowieso ein wiederkehrender Kontakt, ein Standardkontakt für mich, den ich regelmäßig aufsuche, dann hier einfach bequem das Häkchen setzen. Ja, und ganz wichtig ist natürlich auch, wenn Sie Ihre fertigen Unterlagen für das Finanzamt benötigen und herunterladen möchten, dann begeben Sie sich in Ihr personalisiertes Fahrtenbuchmenü, das finden Sie hier oben und unter dem Reiter Export steht Ihnen das Fahrtenbuch rund um die Uhr zum Download zur Verfügung. Privatfahrten werden in der fertigen PDF-Datei natürlich nicht mit Start- und Endadresse ausgewiesen. Diese Informationen sind nur in Ihrem Nutzerkonto einsehbar. Es werden bei Privatfahrten, um es Ihnen vielleicht auch noch mal visuell zu erklären, lediglich die gefahrenen Kilometer ausgewiesen, also genau das, was das Finanzamt schlussendlich wissen möchte. Außerdem können Sie jederzeit einen Fahrzeugwechsel durchführen. Mit Klick auf den Reiter Fahrzeuge, den finden wir hier oben, haben Sie die Möglichkeit, das Fahrtenbuch für ein aktuelles Fahrzeug zu beenden und ein neues Fahrzeug anzulegen. Ein spontaner Fahrzeugwechsel stellt also im Alltag überhaupt kein Problem dar und ist ja doch sehr schnell erledigt. Der Stecker muss aus dem alten Fahrzeug natürlich Obacht entfernt werden und in die OBD-Schnittstelle Ihres neuen Fahrzeugs eingesteckt werden. Dann kommen wir natürlich auch noch mal zu einem ganz, ganz wichtigen Part und zwar der sogenannten Kostenübersicht. Ein Fahrzeug hat in der Regel, na klar, sind wir uns alle einig, einige laufende Kosten. Lassen Sie mich kurz überlegen. Versicherungen, Leasingraten, noch mehr Versicherungen. Da kann man natürlich schnell auch mal den Überblick verlieren. Mit unserer Kostenübersicht können Sie alle laufenden bzw. anfallenden Kosten hinterlegen. Somit behalten Sie stets den Überblick über die Finanzen. Die häufigsten Kostentypen haben wir Ihnen selbstverständlich zur Auswahl hinterlegt. Alle anderen Kosten, Stichwort Strafzettel, können über den Kostentyp Sonstiges abgebildet werden. Wenn Sie vier bzw. mehr Fahrzeuge in Ihrem Fuhrpark haben, dann ist es natürlich wichtig, auch allgemein den Überblick zu behalten. Hier kommt unser Flottenmanagement ins Spiel. Hiermit behält der Fuhrparkverantwortliche den Überblick über alle Fahrzeuge und kann für jeden Mitarbeiter ein eigenes Nutzerkonto anlegen. Ziel ist es, bestimmten Mitarbeitern Zugriff zu ausgewählten Fahrtenbüchern zu ermöglichen. Auch die Live-Ortung von Poolfahrzeugen ist über das Flottenmanagement möglich. Wenn Sie dazu nähere Fragen haben, wenden Sie sich gerne direkt an uns. Ebenfalls spielt Wimcar Booking eine Rolle, welche auch das Flottenmanagement aufbaut. Sie stellen Ihren Mitarbeitern damit eine Buchungsplattform zur Verfügung, sodass zum Beispiel Poolfahrzeuge ohne Aufwand geblockt werden können. Ganz neu an Bord ist die integrierte Führerscheinkontrolle durch den Marktführer LabID. Hierzu berät Sie auch bei Fragen detaillierter Art unser Accountmanagement sehr gerne und macht Ihnen bei Bedarf gerne ein unverbindliches Angebot. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.